erdbeersoda ist endlich fertig so einmal gucken was das für ein geräusch ein fest für alle sinne es ist maximal sehr sehr leicht alkoholisch es ist wahnsinnig köstlich erdbeerig physisch es ist die allerbeste brause der welt bitte 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 kauft erdbeeren nehmt zucker packt alles zusammen lasst es fermentieren füllt es ab und trinkt erdbeerbrause auf euer wohl so 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 so